Willkommen zurück, Freunde fantastischer Geschichten, zu einem neuen Abenteuer in Elden Ring. Wir haben inzwischen 90 Stunden hier im Spiel verbracht und Benrook ist heiß, mit seinen 86 Stufen die nächste Stufe zu erreichen. Vielleicht schaffen wir das in diesem Stream heute. Was wir vorhaben ist, darüber in den Turm zu laufen, bzw. hauptsächlich diesen kompletten Bereich hier zu erkunden. Ja, das wollen wir machen. Mal schauen, was es hier alles so gibt. Hm. Dann gibt es einen Pilz. Wollen wir uns den holen? Warum nicht? So. Wir nehmen... Oh, hier ist nochmal ein Wolf. Okay. Wir nehmen alles mit, wollte ich gerade sagen. Ja, klar. Springt er uns einfach an. Ich glaube, ich spinne. Noch mehr Wölfe? Ich sehe im Moment keinen. Was ist denn da drüben? Einfach nur ein kleiner Aussichtsbereich. Gut. Von mir aus. Da ist noch ein Wolf. Und da ist noch ein Wolf. Das sind alles diese weißen Wölfe, ne? Etwas heftigeren. Ich wechsel mal die Waffe. Lass uns mal hier so richtig reinhauen. So. Wir haben uns auch getroffen. Äh... Ja, die Frage ist, gehen wir rechts oder links. Ich würde sagen, wir gehen erstmal links. Und vielleicht gehen wir zuerst mal hier hoch. Da hätte ich doch Lust drauf. Oh, mehr Wölfe. Freunde, können wir nicht herbeirufen. Ja, das sind die schwierigen Wölfe. Wir sind hier hingesetzt, um uns am Weitergehen zu hindern, wenn wir noch nicht eine entsprechende Stufe haben. Naja, die sind auch schon immer noch gefährlich, wenn sie ein Treffen. Nehmen sie doch einiges. Also dann... ...machen sie schon einiges an Schaden. Gut, wir wollten da hoch. Machen wir auch. Aber ich schätze, da gibt es nichts. Da ist der Weg über die Schlucht. Da waren wir auch schon. Ja, hier gibt es nichts, außer vielleicht eine kleine Aussicht. Auf tote Wölfe. Ja. Gut. Ups. Hallo. Ja. Ich suche ja immer ganz gerne nach irgendwelchen Höhleneingängen oder sowas. Aber im Moment... Also da haben wir schon länger nichts mehr gefunden. Wir waren zwar jetzt erst in der Katakombe drin. Die war aber sehr auffällig. Also die war jetzt nicht wirklich versteckt. Die war direkt am Erdenbaum. Was ich nicht erwartet hätte, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber die Katakombe war auch nicht einfach zu lösen. Also sie war nicht nur selber an einer merkwürdigen Position. Da unten ist irgendjemand. Ah, diese Typen kennen wir auch schon. Ja, das sind diese komischen Feuerdinger. Sie war auch gleichzeitig etwas schwer zu lösen, die Katakombe. Aber wir haben es hinbekommen. Oh, die kriegen wir leicht klein. Die kriegen wir leicht klein. Denn da hoch lohnt es sich wahrscheinlich auch nicht zu laufen. Da sind noch mehr von den Gesellen. Hier im Blick aufs Meer. Und da ist der Turm. Da wollen wir natürlich auch gleich hin. Aber jetzt erstmal dahinter. Waren wir da eigentlich schon auf dieser... Ja, da waren wir schon. Das war hier Katakombe in der schwarzen Klinge. Oder waren wir da oben schon? Oder waren wir da noch nicht? Ich bin mir jetzt gerade unsicher, wo das genau steht. Ich glaube, das steht hier. Waren wir da oben schon? Ich glaube, hier sind wir nicht hochgekommen. Wir haben hier keinen Weg gefunden, um da hoch zu gehen. Das war das Problem. Genau, ich erinnere mich. Wir waren hier beim Mausoleum. Und wir sind dann da nicht hochgekommen. Kommen wir von hier aus vielleicht hoch? Das schaut ein bisschen so aus, als würden wir von hier aus da hoch kommen. Aber vielleicht täuscht das auch. Ich glaube, ich nehme mal hier meine Zauberwaffe. Die Runen holen wir uns. Die werden auch überhaupt nicht auf uns aufmerksam, wenn wir hier so laut sind. Sehr gut. Was ist denn da unten los? Schaut mal. Da unten ist was Interessantes. Nochmal der Eingang zu einem... Schaut aus wie der Eingang zu so einem unterirdischen Bereich. So, wir versuchen uns mal hier an Magie. Sehr gut. Der versucht herauszufinden, was mit seinem Kollegen passiert ist. Was der nicht alles kann. Wir können auch was. Ha! Sehr gut. Sollen wir da runter gehen? Und uns angucken, was da unten ist. Ich schaue mir das noch mal kurz auf der Karte an. Jetzt mach doch eigentlich mal den blöden Kopf da kaputt. So, wir müssen Tränke trinken. Ich mach den auch gleich mal. Also wenn wir hier oben lang gehen. Das ist hier, ne? Dann kommen wir dahinter. Aber da kommen wir auch wieder bloß zu den Katakomben, der schwarze Klinge. Zu dem Ding kommen wir nicht. Da waren wir nämlich schon. Ja. Da waren wir schon. Das ist östliche Tafelland. Können mal kurz hochgehen. Ich glaube, wir haben die sogar schon mal besiegt. Als wir hier rumgelaufen sind. Ja. Seht ihr? Da kommt man nicht genau hoch. Da kommt man bloß in so ein Tal rein. Vielleicht wenn wir da unten in diese Höhle gehen. Vielleicht kommen wir dann da hoch. Na, Höhle sag ich schon. Nicht Höhle, sondern... Ja, das Gebäude. Diese tiefe Kammer da. Da hinten ist wieder dieses Ding. Das haben wir schon mal besiegt. Ich dachte, das späumt nicht nochmal. Aber... Habe ich mich offensichtlich getäuscht. Hier ist der Ort der Gnade. Sollen wir das nochmal besiegen, das Ding? Da habe ich jetzt irgendwie keine Lust drauf. Nö. Da waren wir ja schon. Lasst uns dorthin gehen, wo wir noch nicht waren. Nämlich in dieses Gebiet da unten. Und dann rüber zum Turm. Hinten sind Vögel. Ich nehme die mal mit, weil wir brauchen dringend neue Vogelfüße. Für unseren silbernen Vogelfuß-Dingsbums. Habe ich irgendwie eine Möglichkeit, ein Zauber zu wirken, der die gleich alle umbringt? Mit dem Blitz. Ich probiere es mal. Das ist ein bisschen wie mit... Ja, das ist total übertrieben. Sollte ich mir das jetzt nicht vorgestellt, hätte ich eher die Flammenschlaube da. Aber egal. Ja, fiedert hier Fuß sehr gut. Wir bräuchten hier für die Vögel so einen Massenzauber. Irgendwas, was die gleichzeitig trifft. Ja, um den Gohle müssen wir uns gleich erleden. Um den Gohle müssen wir uns gleich kümmern. Ist das da hinten eigentlich eine Kirche? Ne, das schaut nur so aus. Ne. So geht's nicht. Gut, um den Gohle müssen wir uns kümmern. Der schaut irgendwie feurig aus. Hm. Ist es hier sinnvoll, wieder mal mit unserem Pferd zu agieren? Oder soll man uns anschleichen von hinten? Also irgendwie muss man da hochkommen. Das ist ganz klar. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir hier reingehen, dass wir dort dann irgendwie in einen unterirdischen Bereich kommen. So wie wir es im Wald hatten. Und dann da oben wieder rauskommen. Der ist schon geschwächt. Schaut mal. Der ist aus irgendwelchen Gründen schon geschwächt. Haben wir den schon mal attackiert? Oh, das ist so fies. Können wir vielleicht mal die Waffe wechseln? Die haut rein. Ah, schau mal. Ich sehe jetzt seine Dinger nicht mehr. Aber jetzt haben wir ihn geschafft. Super. Die Punkte 1300. Sehr schön. Und Tränke. Das war schön. Der kommt auch nicht mehr, denke ich. Warum war der denn schon geschwächt? Was war denn da los? Gibt es hier noch irgendwo was? Eine Höhle. Wir werden natürlich in diese Katakomben reingehen. Ganz klar. Ich will mir erst mal kurz dieses Plateau-Fuch anschauen. Ob es hier noch was zu finden gibt. Da hinten zum Beispiel auch. Mal ein Schluck Tee trinken. Da ist ein cooler Vogel. Schaut euch das an. Der schaut schön aus. Ein Kauz, ein Bussard, irgendwie sowas, oder? Das war ein schöner Vogel. Ein schlimmeres Ei haben wir bekommen. Ich höre irgendwas. Kann auch da oben sein. Aber hier ist irgendwas am Laufen. Hier ist irgendwas am Gange. Irgendwas Kratzendes. Ja doch, das schaut genauso aus wie so ein Zugang. Den wir in den Waelern gefunden haben. Wo wir dann nach Siofra kamen. Da hinten. Ah, der war das, der so gekratzt hat. Ich hoffe, manche von diesen Bären sind ziemlich heftig. Manche sind ganz okay. Welche Waffe nehme ich die hier lieber? Er hat uns schon gemerkt. Ups. Tja. Oh Gott. Ich muss immer versuchen, nahe beiden zu bleiben. Sehr gut. Und zack. Ja, man darf nicht direkt vor ihm stehen, weil dann rennt er einen so ein bisschen. Oh. Nein. Trinkt schnell. Sehr gut. Nochmal. Jetzt haben wir nochmal, oder? Ja. Ah, verdammt. Er ist in dem Stein drin. Das war jetzt fies. Ich wollte gerade trinken, habt ihr die Animation gesehen, wie wir gerade getrunken haben. Wie ätzend. Das war jetzt unnötig. Und der war so gut wie erledigt eigentlich. Naja. Das bedeutet für uns jetzt, Pferdchen, wo bist du? Wir reiten da jetzt einfach mal an den Wölfen vorbei, denke ich. Ich glaube, der Golem, der wird nicht mehr da sein. Können wir den auch vorbei reiten? Oder beschießen die uns? Nö. Können wir auch vorbei reiten. Der Golem ist nicht mehr da. Dachte ich mir schon. Und die so lange hinterher? Nein. So. Ich könnte jetzt da reingehen und schauen, ist da ein Ort der Gnade. Nee. Nee, da gehen wir jetzt noch nicht rein. Wir holen uns jetzt erst die Siegel zurück. Wir waren so gut im Kampf. Wir waren ziemlich gut. Wäre da nicht in diesen Stein reingefallen, hätten wir es geschafft. Das war halt sehr unglücklich. Da hatten wir richtig Pech. So, ich hole jetzt erstmal unsere Runen. Waren ja immerhin 14.000. So, die Frage, jetzt kommen wir da hoch und können von da oben mit Fernkampf. Aber ich glaube, da kommen wir nicht hoch. Das ist unmöglich. Okay. Vielleicht wäre es auch gar nicht schlecht, den Trank zu trinken. Ah, der hat es schon erwischt. Jetzt haben wir ihn. Sehr gut. Ah, zu spät. Nein, er hat uns erwischt. Verdammt. Ja, das ist echt immer eine fiese Animation. Ich möchte es schnell trinken. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir ihn einfach klein, bevor er aufsteht. Und nochmal. Komm. Ja, jetzt haben wir ihn nämlich. Hei, 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 hei. 1.500 Runen. Super. Das hat sich gelohnt. Und Blutsch in meiner Krot. Auch nicht schlecht. Sehr schön. So, was gibt es sonst noch hier? Hier gibt es einen See, einen Teich. Und da gibt es nochmal so einen Bären, oder? Da hinten, da ist auch nochmal so einer. Okay. Schaut mal. Oh, oh. Ich gehe mal ein bisschen weg. Ich halte mal ein bisschen Abstand zu diesem komischen Ding. Schaut mal, hier ist was. Aber es könnte eine Falle sein. Oder ist das die Aussicht, die wir suchen mit diesen Bögen? Ne, ich glaube nicht, dass es die Aussicht ist. Hier ist sonst nichts mehr. Okay. Ich glaube, es ist keine Falle. Ah, das könnte ein Rudenbogen sein. Ne, ein Steinschwertschlüssel. Auch gut. Auch gut. Okay. Da waren wir dann hier am Rand der Welt. Und dann gehen wir zu diesem See. Da unten. Nicht hier runter? Ja, doch. Müsste gehen. Ich schaue erst nochmal kurz, ob da wirklich ein zweiter Bär ist. Ich glaube schon. Da liegt er, oder? Oder ist der tot? Ne, der atmet. Der atmet. Dann sollten wir den vielleicht zuerst wie sie, bevor wir diese Kugel uns angucken. Wir können ihn weglocken mit Magie. Ja, der kommt da. Ups. Ha, ha, der ist echt fies. Wenn man trinken will, dann mischt er gleich. Und jetzt hat er uns gepackt. Ja, ja. Kennen wir schon. Jetzt kommen. Ah, warum können wir den denn nicht in seinen komischen Zustand da versetzen? In diesen Erschöpfungszustand? Was ist denn mit dem los? Irgendwas stimmt mit dem nicht. Jetzt haben wir ihn. Super. Nein, mach doch. Backstep. Dann hat er ihn kein Backstep gemacht. Wechsel die Waffe. Jetzt haben wir ihn nochmal. Oh, ich glaube, das war's. Hei, hei, hei. Okay. Gut. Dann haben wir den auch. Und jetzt kommt noch die Kugel. Von der habe ich ein bisschen Angst. Ich weiß nicht genau, was wir von der zu erwarten haben. Ich schätze mal, sie wird uns angreifen. Gingen die da nicht so hoch? Ich glaube, die gingen dann so hoch. Können wir die fixieren? Ja. Ich glaube, die schwebte dann irgendwie so und hat uns beschossen mit irgendwelchen... Ich glaube, das geht nur direkt um die rum, ne? Das ist also für Fernkampf eigentlich... Mit Fernkampf eigentlich ganz gut zu machen, diese Kugel. Wir brauchen dringend mehr magische Kraft. Dann wird, glaube ich, auch unser magischer Angriff stärker. Und wo ich auch hin will, ist definitiv in die Tafelrunde. Um erstmal... Oh, das war's. Sehr gut. Ich habe ein paar Punkte, aber nicht viele. Oh! Ich bin fast noch in den letzten Angriff reingelaufen. Ich glaube, die Kugel ist nur dann gefährlich, wenn man gleichzeitig gegen den Bären kämpfen muss. Deswegen haben wir das sehr schlau gemacht, dass wir den zuerst uns vom Leibe geholt haben. Also unsere Waffe wollen wir verbessern in der Tafelrunde. Und eventuell, wenn es geht, müsste gehen eigentlich auch unsere Freunde, unsere Geisterfreunde. So, jetzt gehen wir da mal rein. Und ich schätze mal, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier in die Tiefe kommen. Und ein neues Level, ein neues unterirdisches Level freischalten. Das würde ich jetzt aber, glaube ich, erstmal nicht erkunden. Nicht in der heutigen Aufnahme, sondern ich würde in den Turm reingehen, weil ich möchte jetzt erstmal diesen Turm da erledigen. Bevor wir da irgendwelche... Schaut mich, hier sind so Bögen, ne? Wir suchen... Wir suchen... Dieses Bild. Können wir es nicht größer machen? Doch. Dieses Bild, aber das ist hier nicht das Richtige. Dieses Bild suchen wir auch, aber da wissen wir schon ungefähr, wo das sein muss. So, dann hier rein. Brunnen an der Einsel. Ja, das geht eindeutig hier nach unten. Bin ich mir ganz sicher. Fahren wir mal runter. Einfach mal zu gucken, wie weit das runter geht und was da so los ist.